Ihr habt bei Battlefield 5 gerade mit einer bestimmten Klasse Level 20 erreicht und möchtet unbedingt das MG42 oder die Tommy Gun, aber irgendwie lässt sie sich nicht freischalten. Diesen Unlock Bug, genau diesen hatte ich auch und ich zeige euch die Lösung. Es ist einfacher als ihr denkt. Ihr müsst zwar selber nichts direkt im Spiel machen, jedoch geht ihr einfach auf die Supportseite von EA, wählt natürlich Battlefield 5 aus und natürlich eure Plattform und dann schreibt ihr, und jetzt aufpassen, ihr müsst den britischen Support schreiben, also den aus England. Den schreibt ihr dann im Live-Chat oder eine E-Mail, aber ich würde den Live-Chat bevorzugen und der wird euch dann fragen, was passiert ist und so weiter und dann schreibt ihr, ich bin auf Level 20 mit einer Klasse und ich kriege irgendwie die Waffe nicht freigeschaltet. Dann passiert folgendes, der Supporter wird innerhalb von 10 Minuten, so war es bei mir und bei anderen, eure Klasse untersuchen und dann euch die Waffe quasi zukommen lassen, beziehungsweise freischalten. Wenn das geschehen ist, habt ihr eure Waffe, auf die ihr so lange gewartet habt und das war es dann eigentlich auch schon. Das ist die Lösung, bei mir hat es geklappt, innerhalb von 10 Minuten war er fertig und ja, ich denke übrigens, dass es übergangsweise ist und dass bei Release am 20. oder auch später, auf jeden Fall bei einem Patch, dieser Unlock-Bug gefixt wird. Falls euch das Video geholfen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo dalassen würdet und einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.